zu weiter geht's Sticker aus aller Welt jetzt vollbrennend Steine da unten noch der Arenaleiter Elektro ähm okay verstehe ich nicht okay verstehe ich doch das Richts war ein Weg wo du einfach entlang kamst und die die Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, jetzt komm ich hoch. Das ist die härteste Arena. Na, da bin ich mal gespannt. Vor allem geht's am Elektro und ich seh Pan Timos. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will gewinnen. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Magma hat's schon erwischt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, shit. Das geht nicht hier. Oh, das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. 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 Los, los, los! Skaraborn hat keine Entwicklung, oder? Warum ist er da noch drin? Ich habe keinen Bock dafür, wieder rauszugehen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt noch den Kampf gewinnen. Wir fahren jetzt gegen Raiju. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Toll. Das war's für heute. 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 's für heute. Okay. Dann he problèmesUM. Das war's für heute. Das war's für heute. Freibüchlechtinne Hä, äh, er soll es nicht machen Dann mach Energiefokus weg, wenn du unbedingt das scheiß Ding da willst, ist mir auch egal Ich war gerade draußen, hab Skarebo nicht gewechselt Ich war gerade draußen, ich war gerade draußen, ich war gerade draußen Oh der Rお fürher Ich war gerade draußen, ich war gerade draußen, ich war eigentlich ein Hats Adult Soll ich eine Schichtfer-Siren und ich war gerade draußen, ich war gerade draußen und ich war gerade draußen als super ganz schön Okay. So, aber machen wir hier weiter. Ja, wir gehen mit dem Husten los. Das ist schön. So, Markborn ist wieder geheilt. So, ich will nicht, dass er zu viel Schaden kriegt. Und eigentlich wäre es mir lieb, wenn jetzt Monitas oder so sich entwickelt. Und eigentlich wäre es mir lieb, ich war eben draußen, ich hätte Dings. Nein, ich wäre es mir lieb, ich hätte Scarabon rausgemacht und irgendwas reingemacht. Von mir aus auch irgendein starkes Bidifas, ja. Was der in dieser Arena hier zu suchen hat. Keine Ahnung. Wegen seiner Kopchnuss. Nein, was kann er denn alles? Meine Fresse, jetzt muss ich doch wieder rausgehen gleich. nie. Dann norms ... ... Das war's für heute. Bär, bär. Jawohl! Cognodent entwickelt sich. Haben wir den schon gesehen? Ich bin mir unsicher, ob wir den schon gesehen haben. Könnte auf jeden Fall eventuell ein neuer Pokédex-Eintrag sein. Das wäre ziemlich nice. Das war's für mich. Das war's. Das war's. Das ist zu oft taugen gegangen. Das war's. 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 Da drüben sind Trainer, wo ich nicht drankomme. Da drüben ist ein Trainer, wo ich nicht hinkomme. Und da oben zum Arena, leider, komme ich auch nicht irgendwie. Das ist nicht zu fassen. 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 Das gibt's nicht. Wie komme ich da hin, Mann? War das das Rätselslösung? Spannende. Das war's für heute. Das war's für heute. Scheiße. Scheiße. Warum darf er anfangen und zurückgeschreckt? Und noch zurückgeschreckt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also hier unten war nicht der richtige Weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Los, 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 los. So, ich hatte es ja so vorhin. Hätte nur noch hier runtergemusst. Hier einmal drehen. Fertig. Ich habe das Team umgestellt, weil er hat sehr viel Elektro, Normal, die alle Wasser attacken können. Ich habe mich schlau gemacht. Und... Meine Feuer-Pokémon bringen mir nichts. Den wäre ich untergegangen. Deswegen habe ich's Team geändert. Ich habe, glaube ich, jetzt fünf Stück dabei, wenn wir was drauf haben. Ich will den Orden. Dafür würde ich auch später erst weiterentwickeln. Und ich glaube, ich habe Amoroso noch dabei. Und er darf anfangen. Amoroso dabei, weil theoretisch er in einem Level sich entwickeln müsste. Ich glaube, 38. Er ist jetzt 38. Das heißt, 39 wird er sich entwickeln. gresz, und Jeepersel soll auf jeden Fall sein. So funktioniert das mache. Nein! Das gibt's doch nicht. Krelaxo kämpft um sein Leben, kriegt ihn fast down und er heilt sich. Was? Warum hat das jetzt so viel Schaden? Okay, Krelaxo. Gut gekämpft. Am Ende leider doch verloren. Okay. 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 Das gibt's nicht. Ich hasse dieses Raichu. Endsorf. Er bleibt einfach im Leben. Prima, hat schon wieder gewonnen. Octillery. Hätte ich jetzt nicht vielleicht aufs... Na, obwohl ich... Elektro kann ich noch warten. Hm. Oh, okay. Warum bin ich davon ausgegangen, dass er gewinnt? Einen hat er noch, oder? Luxtra gegen Luxtra. Boah, er kann Knirscher meiner nicht. Okay. 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 Das gibt's nicht. Okay. 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 Boah, der Raumschlag hat mich noch gerettet. Okay. Okay. Jawoll, Ammonitas entwickelt sich. Amor russu. Okay. 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 Das war's. Alle acht Orten. Wir haben alle acht Orten. Und wir haben fast keine Pokémon mehr, weil alle im Arsch sind. Und wir haben alle acht Orten. Das war's für heute. Mein Hals ist nicht gut. Kann man nicht im Leuchtturm was machen? Vor allem zeigt sie einfach nur aufs Schloss. Wie komme ich jetzt zu dieser Wasserstraße? Ist alles abgezahnt. Du hast in der Arena und dann nimmt das hier auch als Geschenk die Kaskade. Kaskade? Geil, wie geil. Das ist nice. Jetzt können wir Wasserfälle hoch. Da schwimmt ein Tintoxa. Da schwimmt ein Tintoxa. Von 1 auf 11, Liliab. Oh, ich hab keine Ahnung, wann die sich entwickelt. Und zu wem? Muss ich eigentlich mal in Tirps angeln, oder kommt der auch vielleicht so im Wasser? Warum strickt sie die Brüste so aus? Luminium! Auch das erste Mal, dass wir uns als Gegner haben, das ist cool. Okay. 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 Das gibt's doch nicht, dass da nichts umgeht. Und meine Attacke hatte ich überhaupt nicht mehr durch. Ich seh nur noch hier Whirlpool und ich kann nix machen. Ja. Toll. Okay. 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 Jetzt verrecke. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich mach's grad noch mal. Das hätte kaum Schaden gemacht. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und Azumarill. Das passt da nicht gerne zum... Die erste und die dritte Entwicklung. Es ist erst mal, dass wir die dritte Entwicklung gerade sehen. Als Gegner. Dann hätte ich aber eher drei Pokémon gehabt und einmal Meryl noch dazwischen. Oder Meryl und Azuril, weil das hier nix bringt. Ich denke, ich hab 17. Das war's für heute. 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 Als ob! Ich hab's ja jetzt schon mal... Mantra. Mantax. Und wir brauchen den Pokédex-Eintrag. Remorite. Remorite. Und last but not least ist... Level up. Level up. Mantax. Da ist er doch. Da ist er doch. Das ist nicht effektiv. Aber das war nicht effektiv. Aber das war nicht effektiv. Okay. Jetzt hat er für'n zweiten Typ. Und nicht... Und nicht... Und nicht... Okay. Warum immer nur dieselben? Es gibt so viele Pokémon, es kommen nur dieselben. Okay. Mhm. So, jetzt machen wir einen Cut und morgen geht's weiter